ja getreu dem motto fährste quer siehst du mehr haben wir uns heute die corvette c7 für ein drift training ausgesucht bei denen wir morgen teilnehmen wollten euch in einem separaten video schon mal das fahrzeug grob vorab zeigen und es ist ein wirkliches bad girl 466 ps ein echter saugender 6,2 liter acht zylinder richtig geil wie er klingt hören wir uns jetzt an und wir fahren auch eine runde und in einem anderen video seht ihr wie das ding rutscht in zeiten von downsizing ist ein 6,2 liter v8 noch wirklich was besonderes und den schauen wir uns jetzt mal kurz an von dem baby hier ja da ist das herzstück 6,2 liter v8 benzin direkt anspritzer wie gesagt 630 newtonmeter 466 ps 290 km höchstgeschwindigkeit da schauen wir jetzt mal ob wir die erreichen 4,2 sekunden glaube ich sind es auf 100 und ja macht einen höllen sound den hören wir uns jetzt mal an auf 100 und auf 100 und ordentlich weitergeht auf 100 und alteurer auf 100.... jetzt steht noch ein Video WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020